Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22, LS22, nicht 25. Wir sind aber auf der Zylonka im Klasse unterwegs und sind gerade hier jetzt schon am Dreschen unseres Rapsfeldes. Warum die Zylonka? Ja, weil wir halt eben die Zylonka höchstwahrscheinlich in wenigen Tagen dann auf dem LS25 zucken. Wir haben nun ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie diese Map sich anfühlt. Eben habe ich mir gedacht, holen wir nochmal das Premium Expansion DLC heraus und starten noch einmal eine kurze Runde, eine kurze Videorunde hier auf der Zylonka, um zu schauen eben, wie sich das Ganze hier verhält und um einen Vergleich zu haben, wenn dann die Zylonka auf dem LS25 kommt. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass es in wenigen Tagen auch einen Map-Trailer geben wird zu dieser Map, denn für die anderen beiden neuen Maps, die asiatische und nordamerikanische, haben wir ja schon entsprechende Map-Trailer bekommen. Ups, jetzt muss ich hier doch schnell nochmal reinspringen und den Kollegen hier umleiten. So, das Ohr ausfahren. Aber wir haben eben noch nichts gesehen und gehört zur Zylonka, außer eben, dass die Zylonka die dritte Map ist, die dann im LS25 dann dabei sein soll, wenn der LS25 am 12. November dann endlich veröffentlicht und ja, letztendlich auch erscheint und wir diese neue Version des Landwirtschaftssimulators dann hier zocken können. So, übrigens zocken. Ich bin hier nicht auf dem PC oder auf dem Mac unterwegs, sondern auf einer PlayStation 5. Also ich habe die Konsolen-Variante und ich freue mich natürlich besonders, denn für die Konsolieros wird es viele, viele, viele Neuigkeiten und Neuerungen geben im LS25, wie eben zum Beispiel verbesserte KI-Helfer hier auf dem Feld, die am Ernten sind. So, den schicken wir jetzt einfach mal hier in die Richtung los, vor allen Dingen, weil wir dann auch GPS haben werden und KI-Helfer, die wir auch steuern können, die Vorgewende fahren hier auf den entsprechenden Feldern. Da dürfen wir gespannt sein. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier haben und zwar habe ich hier ein kleines bisschen tüfteln müssen, wie wir in unseren Kuhstall denn hier Stroh reinbekommen und es ist dann doch relativ einfach, nicht hier vorne ablegen, da wo wir das Futter einwerfen, sondern wir müssen es hier ablegen. Ups, so. Ja, und dann müsste er verschwinden und wir müssten schon wieder etwas mehr im Stroh in unserem Stall haben. 10.000 Liter, das passt, hervorragend. Bingo, 43.000 Liter Mischration, Bingo. Und da würde ich doch sagen, gehen wir gleich mal in die Vollen. So, und werden uns nochmal ein paar Tierchen kaufen, das kann ja nicht schaden. So, wie viel passen denn rein? 120. Ja, dann nehmen wir doch einfach nochmal von denen hier. Genau, nochmal 20 Stück rein und dann haben wir auch ein bisschen Action. Hervorragend. Kaufen und ab die Post. So, dann passt das. 25 Stück, hervorragend. Ja, obwohl 25 ist wieder eine blöde Zahl. Nehmen wir nochmal 5 dazu. 30, 60, 120. So wäre es, glaube ich, dann besser. Also, nehmen wir noch 5 dazu. Dann haben wir 30, denn wenn die ja Nachwuchs bekommen. So, genau. Dann haben wir einen schönen Tyler und Bingo. So, hervorragend. So, 30 Tiere im Stall, da ist jetzt Action angesagt. Und die liefern zumindest noch nichts. Ist ja auch klar, Produktivität 0%. Wir haben sie ja gerade erstmal gefüttert. Das dauert noch einen kleinen Moment, bis die Tierchen dann hoffentlich mal Milch, Stroh, Quatsch, Mist und Gülle liefern. So, da müssen wir ja sowieso auch erstmal schauen. Wir haben hier zwei Trigger. Ich bin mir nicht sicher. Ich vermute, der hier wird vermisst sein. Und hier wird irgendwo doch ein Gülle, ein Gülleausgang sein. Wir werden sehen. Ich sehe es noch nicht. Ich lasse mich überraschen. Mit dem Stall habe ich jedenfalls noch nicht gearbeitet. So, den hier packen wir erstmal zur Seite. Denn wir haben ja genügend Unterstellmöglichkeiten. Sogar mit Solar. Mit PV-Anlage. So, dann stellen wir den einfach mal hierher. Da stört er nicht. Dann wenden wir uns nochmal dem Glas zu. Letzte Bahn. Hervorragend. Dann können wir anschließend losgehen und Weizen und Stroh machen. So, er wartet. Motor aus. Und wir können eigentlich mit dem wunderschönen Zettel Crystal hier schon mal rüberfahren. Zu unserem Grasfeld. Was wir eigentlich dachten, dass es ein Grasfeld ist. Also beziehungsweise schon ein erntereifes Grasfeld. Aber dann doch nicht. Und so müssen wir dann jetzt erstmal etwas improvisieren. Und, äh, ja. Klar. Der fährt nur 25. Das war mir klar. Stimmt. Der wird etwas länger brauchen. Und ihr wisst ja, wenn es mal wieder etwas länger dauert, dann gerne meinen Kanal abonnieren und sich darauf freuen, auf neue Videos, die hier dann kommen. Nicht nur zur Zilonka, sondern natürlich machen wir hier auch schönen, schönen Stream. Zum Beispiel am Montag sind wir auf der Oberschwaben unterwegs. Immer ab 20.30 Uhr. Donnerstags auf der Alteiche vom Guten Kalle. Auch ab 20.30 Uhr. So für circa zwei bis drei Stunden. Dann haben wir am Mittwoch unseren Multiplayer hier. Und zwar auf der Rehbach. Da sind wir zu sechs unterwegs auf sechs Höfen. Aber unterstützen uns gegenseitig. Wie gesagt, den Multiplayer. Und, äh, dann eben noch, ja, Samstagabend. Samstagabend. Ich denke, Samstagabend werden wir jetzt so als feste Zeit nehmen für unser Late-Night-Farming. Late-Night-Farming heißt ab 22 Uhr mit Open End. Aber wir waren auch schon mal bis 2.30 Uhr dann unterwegs. Also wer Lust hat und eine kleine Nachteule ist, darf sich gerne mal einklinken. Jetzt, äh, am Samstag werden wir auf der Deichhof-Abendfrieden unterwegs sein. Das habt ihr euch gewünscht. Da hat sich die Mehrheit dafür ausgesprochen. Also gibt's die Deichhof-Abendfrieden. Und jetzt muss ich mir erst mal überlegen, äh, wie wir denn jetzt am geschicktesten da rüberkommen. Achso, nee, am besten, glaube ich, wir fahren einfach links. Richtung Kartoffelfabrik. Das wird sich wohl anbieten. Genau. Denn, wie gesagt, wir mussten hier ein kleines bisschen improvisieren. Eigentlich wollte ich das Gras, wenn wir das da drüben haben, eigentlich eher schon mähen. Aber jetzt werden wir hier sozusagen in der wilden Landschaft mähen, damit wir an ein bisschen Heu rankommen. Und dann haben wir Stroh. Und, äh, wir werden noch das Baumwollfeld, was wir haben, ich sage mal, platt machen. Mit Sicherheit in einer nächsten Folge. Weil da soll definitiv auch ein Grasfeld drauf, damit wir auf jeden Fall Silage bekommen. Wir haben ein Maisfeld. Da würde ich auf jeden Fall mal bei Gelegenheit, denke ich, uns einen Häcksler mieten. Und dann werden wir das Maisfeld häckseln. Denn, äh, wir haben hier ein Fermenter-Silo. Wir haben zwei Durchfahr-Silos. Und, äh, dann können wir damit nämlich auch arbeiten. So, hier habe ich schon mal ein bisschen angefangen. Aber hier müssen wir das dann alles von Hand letztendlich machen. So, er hier ist gerade fertig geworden. Hervorragend. Und dann setzen wir mal zurück. So, und während er hier überlädt, können wir hier vorne schon mal das wunderschöne Cresoni-Schneidwerk einpacken, einklappen, um uns vorzubereiten, natürlich dann anschließend auf den Weg rüber zu unserem Getreidefeld. So, das passt soweit. Dann klappen wir hier auch zusammen. Und los geht's. So, hier linker Hand haben wir unser Baumwollfeld. Da machen wir Gras drauf. Da müssen wir natürlich noch die Gerätschaften dafür kaufen. Ich weiß auch nicht, ob wir das pflügen müssen. Müssen wir das pflügen? Augenblick mal. Habe ich pflügen eingeschaltet? Ich habe eingeschaltet und ich muss pflügen. Okay. Hilft nichts. Dann werden wir das Feld pflügen. Anschließend natürlich das volle Programm Kalken, Düngen, Aussäen. Aber die Drille und die ganzen Gerätschaften habe ich noch nicht gekauft. Da müssen wir erst noch ins Invest und die entsprechenden Geräte uns anschaffen. Ja, warten wir es ab. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 13 Uhr im August. Da haben wir noch etwas Zeit. So, und dann fahren wir hier links rein. Und an einem der drei Originalhöfe auf der Zylonga. Also ich will hoffen, dass wenn die neue Zylonga kommt und ich sage es mal ganz direkt, hier vielleicht doch etwas mehr Liebe reingesteckt wird. Denn man muss schon sagen, dass natürlich hier das Haus, das Bauernhaus, das ist okay. Aber das, was hier so sonst rum steht, also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also dieser Hühnerstall hier und naja, so ein bisschen lieblos dieses Multifruchtsilo und dann auch diese Scheune oder was das sein soll, wo ja fast nichts reinpasst. Naja, ich hoffe mal, dass da was gemacht wird. Denn ansonsten muss man hier immer basteln. Denn mit einem normalen oder ich sage mit den Standardstadthöfen, ja, da wird man nicht glücklich. Da wird man nicht glücklich auf der Zylonga. Da muss man auf jeden Fall Hand anlegen. So, hier links können wir nicht rein. Da vorne ist nämlich ein Graben. Das heißt, wir fahren jetzt hier links rein und dann über den Graben und fangen an, Getreide zu ernten, um Stroh zu bekommen. Da müssen wir auch noch einen Ladewagen kaufen. Den habe ich noch nicht. Da werden wir uns dann auch etwas Größeres holen. Denn wir haben ja zwei große Schlepper, mit denen wir arbeiten können. So, jetzt müssen wir hier vorsichtig sein. Okay, wunderbar. Und dann würde ich doch sagen, machen wir hier mal schnell noch ein Thumbnail von dem zusammengeklappten Glas. Oder nee, Augenblick. So, das sieht doch toll aus. Zack, hervorragend. So, und dann schalten wir die Hilfe nochmal ein. Und dann kann es losgehen, oder? So, wir müssen mal schauen. Strohablage. Anschalten. Klar, vorhin hatten wir keine. Und dann machen wir hier erstmal das Vorgewende. Denn ruckzuck fährt uns der Kollege sonst hier in den Graben. Und das wollen wir vermeiden. Ertragswerte werden natürlich erfahrungsgemäß relativ niedrig sein, weil die Felder alle dann so zwischen, ja, ich sage mal 64, 66 Prozent liegen, wenn man sie hier kauft. Und dann lassen wir hier auch wieder den Helfer arbeiten. Und auch das ist ein ziemlich langes Feld. Wir müssen uns um den Deutz kümmern. Der soll das Material wegbringen. Auf geht's. In unserem Multifruchtsilo. Was haben wir denn? 17.000. Also von diesem relativ großen Feld gerade mal 17.000 Liter Raps. Da seht ihr, da müssen wir noch ein bisschen Hand anlegen. Es hilft nichts. Wir müssen da auf jeden Fall ordentlich arbeiten. Und dazu brauchen wir nochmal Geräte. 755.000 sind auf dem Konto. Wie gesagt, ich habe mir ein kleines bisschen was draufgepackt. Wir wollen das jetzt hier nicht zu ernst nehmen in diesem Projekt, sondern es geht ja wirklich darum, hier schnell auch vorwärts zu kommen, um ein bisschen Action zu haben. Und dann wollen wir eben auch nicht mit den kleinsten Geräten arbeiten, sondern da haben wir uns zum Beispiel hier diesen schönen, wunderschönen Deutz hier angelegt, äh ja, zugelegt. Den Warrior mit 247 PS, da bin ich zufrieden soweit. Der macht hier die gröbsten Arbeiten. Und dann haben wir ja noch einen schönen Johnny mit fast 300. Da kommen wir dann auch wesens vorwärts. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier auch klappt. Sehr schön. Und der schiebt das Material, was auch gut ist. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob hier die Abladestationen, ja, auch wieder welche sind, wo man drunter fährt und dann Kollisionen und so weiter. Okay. So, und dann habe ich es ein bisschen Kandel-like versucht. Immer so mit Rundwegen, dass, falls wir dann doch wieder mit Drehschimmel unterwegs sind, wir uns das Leben nicht zu schwer machen. So, einmal hier um die Mistplatte rum. So, Fruchtzerstörung ist an. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Und dann fangen wir mal rüber zu unserem Glas. Und schauen mal, wie weit er schon mal ist. So. Also, ihr dürft gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr denn die Zilonka als solches findet. Findet die Anklang bei euch? Wollt ihr die Zilonka als erstes zocken, wenn ihr den LS25 bekommt? Oder seid ihr ganz, ganz scharf auf die amerikanische Map? Auf die Riverbelt Springs oder so ähnlich? Oder eben auf die asiatische, die ja wohl, so wie es aussieht, ein Zusammenschnitt verschiedener Kulturen in Anführungszeichen ist. Also eben auch japanisch, koreanisch, eben asiatisch. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze seht. So, auf jeden Fall sehen wir den Glas nicht. Der ist so weit da oben, dass wir ihn nicht sehen. Ja, es sind viele, viele so lange Felder, langgezogene Felder mit entsprechender Größe. So. Okay. Okay. Sehr schön. Dann werden wir den erst mal hier parken. Jetzt schauen wir mal, was der Glas da oben macht. 46. Okay, dann sollte das passen, wenn er runterkommt. Dann können wir den auf der richtigen Seite abtanken. Ja, das hat funktioniert. Okay. So, dann machen wir mal hier weiter, denn wir müssen unbedingt mit dem Gras fertig werden. So, Motor an. Vorne Motor an. Und los geht's. Ja, dann werden wir es auch nicht übertreiben, denn wir müssen das alles von Hand abfahren, hier dieses Feld. Mit dem Mähwerk von Samasch. So, dann schmeißen wir mal den Tempomaten rein. Und die Büsche lässt er natürlich stehen, aber da müssen wir durch, hilft nichts. Mit Sicherheit könnte man natürlich dann das Gelände hier auch bearbeiten. Das wäre mit Sicherheit kein Problem. Da könnte man dann Felder erstellen und dann natürlich hier auch entsprechende Erträge oder es sich auch leichter tun mit den Helfern. So, jetzt muss ich aber doch nochmal reingucken. Wie viel PS haben wir denn hier bei dem schönen, schönen Gerät? 290, aber wir können den noch ein bisschen aufbohren, im Zweifel. Also, man muss schon sagen, die Fernsicht ist ganz okay hier auf der Map. Nicht die gewohnten Alpenberge dann immer am Maprand. So, dann haben wir noch zwei Bahnen. Einmal runter, einmal hoch und dann können wir anfangen mit dem Z-Tor auf jeden Fall Heu zu machen. Dann haben wir Stroh und dann müssen wir eigentlich ja, noch ein bisschen Silageballen einkaufen, aber das ist nicht so wild. Denn spätestens, wenn unser Grasfeld erntereif ist, das ist dann im nächsten Monat, da werden wir dann auf jeden Fall Gras ins Silage, in den Silagebunker beziehungsweise in das Fermenter-Silo werfen und dann uns selbst die Silage produzieren. Aber ich denke, mit 44.000 Liter Mischration ist erstmal der Stall gut ausgestattet. Da werden wir, denke ich mal, zwei Monate rumkommen. So, und hier sind wir auch rumgekommen. Das heißt, wir sind erstmal durch. Motor aus, vorne zusammenklappen, Motor aus, hinten zusammenklappen und dann fahren wir hier lang, denn die andere Richtung... Oh, stopp, wir müssen abtanken, sehe ich gerade. So, dann machen wir mal an und dann werden wir hier das erste Mal abtanken. Ja, die Lämmchen blinken, die Lämmchen blinken, das passt soweit. Ja, dann lass mal den Rüssel raus hier. Also definitiv wäre die Silagebunker auch eine Option für ein Big Farm Projekt, denn man muss schon sagen, hier sind viele, viele große Felder. Am Rande gibt es dann auch kleine Felder, damit man dann so Sachen machen kann wie Kartoffeln zum Beispiel oder Zuckerrüben. Aber hier wirklich große Geschichten sind ja gut möglich, wie eben Getreide oder Mais, weil man doch große Felder hat, die parallel liegen, die man dann auch zusammenlegen könnte. So, den können wir hier erstmal stehen lassen, denn da drüben haben wir ja nochmal ein Feld und das kann man dann, könnte man zusammenlegen. Man sieht es auch hier wunderschön. So, hier haben wir die beiden Felder, die könnte man zusammenlegen, auch wenn da jetzt ein Weg dazwischen ist. Man könnte auch die Felder zusammenlegen oder hier drüben sind auch entsprechend Felder. Also da will man die vier Felder hier zusammenlegt, da hat man auch gut zu tun, wobei man schon sagen muss, hier 3,59, 3,27. Hier haben wir ein Feld mit 6,53 und das hier hat 2,64. Also hier hat es schon ein paar größere Felder, während hier drüben auf der linken Seite viele, viele kleine Felder, mit denen man dann halt eben auch, ich sage mal, in die Karottengeschichte einsteigen kann, denn da bieten sich eher die kleinen Felder an. Die großen sind dafür überhaupt nicht geeignet. Und als ich meine erste Videoserie hier auf der Zilonga gemacht habe, sind wir natürlich hier auf dem Hof gestartet und haben hier überwiegend natürlich hier auf diesen Feldern gearbeitet. Die 35 kommt auch auf 2,2 Hektar. Also hier kann man schon auch ein bisschen größere Dinge machen. So, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Johnny? Da ist der Johnny. Dann fahren wir mal los mit dem auf den Hof, bringen erstmal das Schneidwerk weg. Wir könnten noch mehr Gras hier machen, aber ich denke, das soll jetzt erstmal reichen. Das kann man dann auch mit Sicherheit im Of dann machen. So, dele. So, die Kartoffelchipfabrik ist gut am Arbeiten. Augenblick mal. Ja, ist klar. Okay. Ja, das sollen wohl Kartoffelchips sein. Hervorragend. So, dele. Und ab die Post. Die Zilonga. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir hier nicht die Einfahrt verpassen. Ja, hier geht's rein. Sehr schön. Dann bringen wir das in die Halle für Anbaugeräte. Also, ich will es mal so formulieren. Wir werden diese Halle, die uns gegenüber liegen, die hier, die hier, ich glaube, da werden wir jetzt unsere Anbaugeräte reinpacken. Hier drin haben wir dann unsere Fahrzeuge und unsere Anhänger. So, jetzt überlege ich noch gerade, war das clever? Vielleicht eher doch rückwärts. So. Ja, es ist die Frage, wie man das am geschicktesten macht, ne? Ja, ist halt schon ein wenig blöd mit den Stützen. Ja, ich überlege gerade, ob das alles so Sinn macht. So, bingo, das tut's erst mal. So, wo ist denn unser... Hier ist er doch. Mit 25 kmh. Auch hier von Samash haben wir den Wender. Tempomat rein und los geht's. Dann werden wir hier mal ein bisschen Gras wenden und Heu produzieren. Und ich würde sagen, das soll's mal wieder gewesen sein für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, hier noch ein bisschen zu gucken, die Zilomka und Interesse habt, dann gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich natürlich über jede Unterstützung, über jeden Support. Ansonsten, ja, recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge LS22. Zilomka hier bei mir auf dem Kanal oder auf einem meiner Streams, würde ich mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Bis dahin sage ich wie immer, tschüss, tschau, cheerio, euer Baden Farmer. Bis zum nächsten Mal.